hallo und herzlich willkommen hier bin ich zu diesem live stream und die frage war heute wie kannst du gefühle die vermischt sind mit bewertungen wie kannst du das erkennen und wie was sind das für gefühle die da drunter liegen die ganz ganz zu mir gehören das ist etwas was übung braucht weil wir uns so gewohnt sind gefühle mit du botschaften auszudrücken und auch gefühle zu bewerten das tönt dann so zum beispiel als ein gefühl vermischt mit bewertung ist ich fühle mich nicht ernst genommen ich fühle mich zurückgestoßen ich fühle mich belogen ich fühle mich bevormundet lass mal sehen ich fühle mich nicht ernst genommen ich habe ja die liste aufgemacht dass ich nicht nur drei vier sagen kann die meine lieblinge sind sondern auch noch ein paar andere oder abgelehnt und angegriffen die sind auch ganz häufig ausgenutzt oder beleidigt oder enttäuscht ist so ein ganz wichtiges das ganz stark mit einer bewertung zusammenhängt das was diesen gefühlen allen gemeinsam ist ist dass sie man kann sagen dass wir sie so ausdrücken dass jemand von außen etwas tut und ich wegen dieser person in dieser misslichen situation bin die ich jetzt benennen nehmen wir an du nimmst mich nicht ernst ja was heißt das genau du nimmst mich nicht ernst also wenn man das bewertet ausdrückt heißt dass du tust etwas und du zeigst mir damit dass du eine gewisse handlung vornimmst oder etwas sagst dass ich interpretiere dass du irgendetwas was ich sage in frage stellst oder anders beurteils als ich das tue also wenn ich sage du nimmst mich nicht ernst dann weiß ich gar nicht was beim gegenüber läuft weshalb mein gegenüber das sagt was es sagt oder das tut was es tut das weiß ich noch nicht da müsste ich nachfragen sogar wenn es mein partner oder meine partnerin ist und ich die person total gut kenne ich weiß es einfach jetzt gerade im moment nicht ich müsste also nachfragen was wäre denn diese was werden denn diese vier schritte wenn ich sage du du nimmst mich nicht ernst erkennt das man kann es jeden tag einmal sagen also dann wäre wertfreie beobachtung was sehe ich und was höre ich dann wäre ich höre du sagst das und das und dann wäre mein gefühl ich bin irritiert ich bin frustriert ich bin verärgert ich bin total platt ich bin was noch was hast du was hast du da für ideen ich bin ich bin ich bin für mich ist es ganz häufig so diese irritation von also ratlos wäre auch eins wie ist jetzt das gemeint dann nehme ich es ganz zu mir dann kann ich einfach wahrnehmen jetzt gerade weiß ich nicht was hier läuft und dann kannst du schauen was ist mein bedürfnis ganz häufig ist das bedürfnis was läuft hier ich brauche mehr information wenn du das sagst ich wüsste ich ich möchte gern wissen weshalb du das sagst und was du damit meinst und der nächste schritt wäre dann kannst du mir das sagen bist du bereit mir damit zu teilen was bei dir läuft ich kann es nicht gut erkennen jetzt gerade und wenn du unbedingt sagen möchtest dass die dass du dich nicht ernst genommen fühlst wenn du das mit ins spiel bringen möchtest das kannst du wenn du sagst weißt du wenn du das sagst dann ist etwas in mir getriggert und dann sage ich mir du nimmst mich nicht ernst und deshalb möchte ich gerne wissen was bei dir läuft dass ich da nicht so angetriggert bin oder also da ist da ist ein teil den du ganz zu dir zurücknimmst und ganz bei dir schaust was ist denn hier los bei mir und normalerweise wenn wir diese gefühle vermischt mit bewertungen rausgeben und diese du botschaften machen dann haben wir annahmen dann stehen wir auf diesem wutmenschlein wo wir sagen ich erkenne meine annahmen ich erkenne meine interpretationen und mein trigger ist nichts anderes als der der aus meiner prägung kommt oder aus erlebnissen die ich hatte im laufe meines lebens es hat ganz wenig mit dem gegenüber zu tun dein gegenüber ist ausschließlich der trigger der dich veranlasst das zu denken du kannst also ganz konsequent versuch es mal ganz konsequent ich bin verletzt ja was heißt dass ich bin verletzt mein gegenüber darf sagen was es will die frage ist wie nehme ich das zu mir und wie drücke ich dann mein gefühl und mein bedürfnis aus das ist so oder ich bin verletzt das weiß das gegenüber nicht das gegenüber kann das nicht abschätzen weil das gegenüber kann nicht in dich rein schauen was dich denn verletzt und was nicht da musst du schon sagen da da bin ich wirklich da komme ich da komme ich da komme ich ganz schwer in die enge wenn du das sagst und dann wird ein alter schmerz in mir aktiv wenn du das sagst der mich einfach an das und das erinnert oder der diese und diese wirkung hat in mir und wenn du da so klar bist damit was bei dir passiert und nicht eine du botschaft macht und dich in die opferrolle begibst du begibst dich ja dann in die opferrolle und du begibst dich an einen punkt wo du nicht sehr handlungsfähig bist sehr handlungsfähig bist als opfer ist man nicht besonders handlungsfähig wenn man sagt du bist schuld an dem was mir passiert ja ja das ist total praktisch einen moment lang klar aber nur einen moment lang und dann ist es einfach nicht mehr praktisch dann ist es so dass es dir nicht weiterhilft weil dein gegenüber du bist nicht sichtbar für dein gegenüber dein gegenüber kann nicht erkennen was mit dir passiert was jetzt hier los ist und dann selbstverständlich hat dein gegenüber auch eine prägung und gute du botschaften das wissen wir und dann was läuft dann dann haben wir die eskalation dann geht es so hin und her und dann nach irgendeiner halben stunde sagen beide oder nach einer stunde sagen beide mit dir hat das sowieso keinen sinn und dann dauert es wieder zwei tage bis man sich wieder angenähert hat das ist nicht sinnvoll das heißt wenn du die möglichkeit hast in dir zu erkennen was hier läuft bei dir dann ist es wirklich gut wenn du das sagst und du gibst dir ja keine schwäche du sagst nur was ist eine der systemischen regeln sagt was ist muss sein dürfen und das ist doch okay wenn ich jetzt da gerade in schwierigkeiten bin wenn ich das sagen kann ist das kein problem dann heißt das ich zeig dir jetzt wie es mir geht mit dem was du sagst weil ich dann in eine schwierigkeit komme und es ist eben keine schwäche wenn wir das machen sondern es drückt sich immer auch als stärke aus also kannst du dir das erlauben da rein zu gehen und zu sagen ich höre das und das das ist mein gefühl was da passiert bei mir vielleicht sagst du noch ich sage mir dann wenn du das sagst und dann sagst du dein bedürfnis und dann sprichst du die bitte aus ob die andere person bereit ist diesem bedürfnis zu entsprechen und du weißt die andere person darf nein sagen wenn sie nein sagt dann beginnst du wieder von vorne und schaust was passiert mit mir das ist der ablauf wenn du gerne eine gefühls- und eine bedürfnisliste haben möchtest ich glaube ich habe es das letzte mal schon gepostet ich poste es dann auch noch mal hier unten rein dann geh auf meine webseite soulspeaches.com und da hast du unten kannst du dir die sofort hilfe runterladen und hast dann sofort einerseits eine beschreibung wie du mit deinen gedanken umgehen kannst und du hast andererseits auch gefühlslisten eine liste mit bewerteten gefühlen und eine bedürfnisliste das kann in die handtasche oder in die hosentasche wie immer und du kannst es auch hervorholen wenn du im gespräch bist und sagen warte mal ich weiß jetzt gerade nicht was hier läuft bei mir ich muss rasch das gefühl oder das bedürfnis rausfinden hast du einen moment geduld ja klar was machst du denn hier das ist die meisten leute müssen lachen wenn ich diesen vorschlag mache und die leute die es probieren die geben mir positive rückmeldungen die sagen ja die leute sind dann interessiert also probier es es ist nichts anderes als ein experiment es ist nicht gefährlich so viel für heute kommentiere schreib deine nächsten fragen auf wenn ich wenn ich wieder schreibe es ist wieder nächsten donnerstag natürlich um halb zwölf schreib einfach auf was du wissen möchtest und zum teilen ich lade es hoch auf youtube und dann kannst du es von dort aus teilen wenn du das gerne möchtest ich danke dir wenn du es tust okay ich wünsche dir einen schönen donnerstag einen schönen freitag und dann ein schönes wochenende tschüss